Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Und schon wieder bin ich das. Dass ihr euch nicht wundert, ich sehe gerade die nächsten ungefähr 10 Tage noch relativ gleich aus. Ich bin jetzt momentan sehr, sehr erkältet und daher bin ich froh, dass ich überhaupt irgendein Video abdrehen kann. Deswegen benutze ich gerade diesen recht stimmvollen Tag dafür, doch die restlichen Videos für euch abzudrehen, damit ich mich auch einfach in der Zeit ein bisschen ausruhen kann, weil ich echt fix und alle bin die nächsten Tage. Das weiß ich jetzt schon, weil ich arbeite jetzt immer noch nachts. Das ist sehr anstrengend für mich. Und heute, auch wie die letzten Tage, schaut gerne unten in die Infobox rein, um bei Laura und meinem Gewinnspiel teilzunehmen. Wir möchten eigentlich gar nichts Besonderes. Wir möchten, dass ihr einfach Abonnent unseres Kanals seid, ganz fleißig uns folgt, unsere Videos liked bzw. ein Video liked, was euch halt auffällt, auch jedes Video liked, das ist auch möglich und natürlich auch gewünscht und einfach mir erzählt, was an Weihnachten für euch die schönste Sache ist. Also was macht Weihnachten für euch aus? Und heute packen wir Päckchen, Tütchen Nummer 14 aus. Und da steht, wenn es mal wieder schnell gehen muss. Und das ist eine Flasche mit so einem Drückerspender. Das weiß ich schon, aber ich habe... Oh, was ist das? Uh! Das ist ein richtig geiles Spray. Das habe ich mir so oft mal angeguckt, aber mich nicht getraut, das anzugucken. Und zwar ist das ein Garnier Fructis Oil Repair 3 in der Dusche Nährspray. Richtig, richtig cool, Laura. Vielen, vielen Dank. Ich liebe es. Ich habe ja extra meine Haare ein ganzes Stück abschneiden müssen, weil es einfach so anstrengend war, die Haare immer pflegen zu müssen, weil ich habe halt wirklich ein Problem, meine Haare gerade einfach sehr näher zu halten und ich glaube, das wird meinen Haaren sehr gut tun, lieber Schätzle. Also, liebe Laura, vielen, vielen Dank und wir sehen uns morgen an Tütchen Nummer 5 wieder. 15, 15, nicht 5, 15. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020